ja hallo da ist sie mal wieder ja wie ihr seht ungewohntes bild sitzt im auto aber nicht lange knappe stunde fahrt jetzt nach augenlich heute morgen bin ich aufgewacht und dann hatte überall whatsappen von wegen aus dem fahrrad geworben ja wir fahren heute los so schönes wetter die sonne scheint er hat sonne schienen vorhin auch ich glaube ich werde nachher auch noch mal zwischendurch rauskommen aber es ist trocken und morgen bis es wieder regnen soll werde ich heute mal die gelegenheit nutzen und eine kleine tour machen wie gesagt ich fahre jetzt mit dem auto nach augenlich und alles nähere dann gleich vor ort ja jetzt ja da ist er wieder ich bin jetzt im augenlicher hafen ausflugsboot inklusive klappdrücke dahinten da hinten geht es dann weiter restauration ja und da ist übrigens der ja was habe ich heute vor ich habe heute mir eine tour ausgeguckt und zwar kommt sie von grenzenlos aktiv die ich natürlich wieder ein bisschen für mich bearbeitet habe rundtour südlich oder südliche aurichtour oder irgendwie so heißt es dann schreibt es nachher noch drunter ja sind irgendwie die original tour war gleich um die 30 ich habe es ein bisschen ausgeweitet auf die 38 komme ich glaube ich knapp 40 ja und ja gucken wir mal wie es wird ein paar highlights drin ich hoffe es gefällt euch später und mir natürlich auch ja ja was da vorne ist ich klappt wirklich ich heute aber nicht überquere halte mich heute mal an der anderen seite vom hafen rum ja deswegen drehe ich um ja Hier die Boote von der anderen Seite. Auf der anderen Seite fahre ich gleich mal durch. Die Sonne scheint. Ja, jetzt fahren wir auf der anderen Seite. Und da vorne wird es gleich laut, weil die am Arbeiten sind. Und wieder eine Klappbrücke. Da hinten ist der Hafen. Ja, jetzt bin ich am Emsiade-Kanal. Ich muss sagen, die haben hier den Treppich neu gemacht, seitdem ich das letzte Mal hier war. Danke. 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 Ja, schön hier. Und jetzt haben wir Baustelle. Da komme ich nie weiter durch. Nur gucken. Okay. Das ist nicht so dramatisch. Ich hab mal das da hinten. Nee, da bin ich ja eh an einer anderen Straße vorbei. Ein Highlight habe ich da nicht. Schauen wir mal. Da haben wir nebenbei noch eine Mühle mit drin. Ja, jetzt kommen wir an die Schleuse Rahel. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Da sieht man so ein bisschen den Unterschied. Schrankwirtschaft Kukulorium. Scheint irgendwie was ein bisschen Besonderes zu sein. Und da geht ins Cerde-Kanal weiter. Und ich fahre da hinten links. Was ich euch auch noch zeigen muss. Ich bin jetzt auch hier, oder ich bin ja schon länger ein Daryl. Aber ich war ja auch zum Treffen. Und habe jetzt einen Kleber. Ein kleines alter Hausgehege mit Hirsch. Der Weg zur Friesischen Freiheit. Dann muss man ein bisschen vorsichtig fallen. Ich hoffe ja mal, dass die Wege einigermaßen sind. Es ist hier schon überall noch sehr, sehr nass. Oh, was heißt noch? Heute ist der erste Tag, wo es nicht regnen soll. Mal gucken. Jetzt bin ich schon beim Obstalbums. So. Ich gehe da gleich mal dichter ran. Ich wollte eben die Schilder zeigen. Auricher Mühlentor ist hier. Und Auricher Runntor Nordroute. Ich bin aber von der Südroute ausgegangen. Und habe da nur den Norden etwas mit eingeplant. Ja. Dann gucken wir mal, was hier mit dem Denkmal so ist. Ja. Hier steht schon mal. Das ist hier der Ort gewesen, wo sich die ostfriesischen Häuflinge immer getroffen haben. Und dann gehen wir mal weiter. Das ist anscheinend ein richtiger Punkt, wie ich. Hier steht ein bisschen. Ja, das ist hier der Denkmal, da ist doch irgendwo drauf, das kann ich leider nicht lesen, aber es ist schon ein geschichtsträchtiger Ort hier. Dann haben die alten Häutlinge sich beraten. Ja, der Ort hier heißt ja Obstalzbom und das ist das Symbol der frisischen Freiheit. Ja, und das gibt es schon, ja, 1240 war das schon erbaut hier. Ja, hier ist so ein Parallelweg zum Fahrradweg, wo so ein bisschen Geschichte geschrieben wird. 20. Jahrhundert, und zwar der nationale Begeisterung kommt mit Massentod. Im ersten Weltkrieg führten 1916 zu dem Beschluss der ostfriesischen Landschaft am Obstalbom zusätzliches Geländeart anzukaufen und hier ein Heldenheim mit einer Eiche für jeden ostfriesischen Gefallenen zu errichten. 1918, da haben wir einen Abstand von diesem Plan. Also das ist hier alles ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Das Obstalbom-Denkmal von 1833. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts drohte der Obstalbom noch unter den Flügen des angrenzenden Landwirte Ackerland zu werden. Dann ist das Denkmal wohl dann doch noch nicht ganz so alt. Wie gesagt, sehr geschichtsträchtig hier. Wer da mehr Interesse hat, muss sich das mal so ein bisschen belesen. Jetzt habe ich mein Stativ gerade kaputt gemacht, glaube ich. Mal sehen, ob das noch hält. Wenn ich noch kein Schirm habe. Ja, ne. Da möchte ich jetzt ein bisschen vorsichtig mit sein. Ja, da ist ein Prise. Mal sehen, wo ich einen nicht zeigen wollte. Guck mal, das ist überhaupt nicht vorsichtig. Der Schriftzug hier auf der Straße. Eala, feia, resena. Freiheit den Friesen. Der Schriftzug hier auf der Straße. Der Schriftzug hier auf der Straße. Das ist übrigens gar nicht der MC-Harde-Kanal. Das fand ich auch ein bisschen klein. Das ist der Rennkanal. Und in den MC-Harde-Kanal kommen wir gleich wieder. Vorne sieht man schon die Brücken. Ja. Weiter geht's. Ja, hier ist wieder der MC-Harde-Kanal. Hier ist wieder der MC-Harde-Kanal. Toll. Einen tollen Restplatz. Das ist die Ostfriesland. Und diese hier. Muss ich gleich gucken, was das für eins ist. Das ist zumindest ein Segler. Der andere auch. Ja, das ist die Ostfriesland. Und die Tiere. Schauen wir mal. Kann man da anscheinend. Weiß ich nicht, ob man es mieten kann. Aber zumindest eine Telefonnummer eingehen. Leider finde ich keinen Namen hier. Aber da vorne ist ein Schild. Wappen von Ilo. Chalk aus Stahl. Eigner ist die Gemeinde Ilo. Baujahr 1900 in Groningen. 26,40 Meter lang. Über alles. Der Rumpf ist 22,50 Meter. 5,20 Meter breit. Und 1,20 Meter Tiefgang. Und eine Segelfläche von 190 Quadratmeter. Ich glaube, das ist gar nicht so wenig. Sieht ja auch cool aus. Da ist nochmal eine Klappbrücke. Da ist nochmal ein überdachter Rastplatz. Wenn man das so sieht. Eine Rudeanlage. So ein Schwert. Leicht. Ist das auch nicht gewesen. Ist das auch nicht gewesen. Da haben wir auf einmal eine kleine Kirche. Hier. Ich gucke mal, ob er rein kann. Das sieht ja nur meine aus. Wahrscheinlich zu. Aber ich probiere mal. Und am Glockenturm einige ganz alte Grabsteine in der Glockenturm. Scheint auch schon ein bisschen jünger noch zu sein. Oder zumindest kernsaniert würde ich sagen. Da ist noch eine Gedenktafel für die gefallenen und vermissten beider Weltkriege. Und jetzt fahre ich bis zum Ende Holzlug ein. Und ich bin jetzt an meiner Straße vorbeigefahren. Dann gucken wir mal. Dann bin ich mal gespannt, wo ich denn hier lande. Dann war es wieder gut geplant. 360 Meter geht es auch nicht. Dann bin ich mal gespannt. Was für mich. Hier. Ich weiß auch nicht so, dass es war überdacht. Was habe ich da wieder geplant? Das mache ich nur hier in den Haken durch die Wildnis. Und bin gleich wieder an der Bundesstraße. Das habe ich selber geplant. Prost. Ich mache mal Pause. Und weiter geht's. Auf dem Weg scheint es besser zu sein. Und dann muss ich da irgendwie hinkommen. Und dann muss ich da irgendwie hinkommen. Ja. Hilleplant. Komoot reicht. Ne. Habe ich aber selber Schuld. Aber wenn ich das richtig sehe, komme ich wieder auf meine Strecke gleich. Ja gut. Dann machen wir weiter. Ja. Wenn ich so Lust auf Abenteuer habe, lässt diese Ecke mal aus. Das war nicht so witzig. Jetzt bin ich hier wieder an der Bundesstraße. Das war nicht so ganz so prickel. Also die Ecke hätte ich mir wirklich sparen können. Vor allen Dingen jetzt auch, weil es so nass ist. Aber auch der Weg an sich wird aufwendet. Es wird bei Trockenheit auch nicht viel besser sein. Ja, meine Höhenmeter machen, ne. Einmal über den Emsjade-Kanal. Hier kann man auch auf dem Ecker noch sehen, wie nass das alles ist. Moment mal. Bankstädte. Und meine Ilo. Das ist riesige Weiden. So weit das Auge blickt. Riesenmalfushaufen. Oh. So nett. Klein wenig. Wunderschönen. Du bist nicht richtig und wie du bist. Wie du bist. Du bist natürlich. Wie du bist. Ich bin nicht einfach richtig. Was önergelt. Aber du bist. Das scheint ein ganz neues Argument zu sein. Die ganze Siedlung und überall solche Kanäle. Eine kleine Nählchekirche. Das müsste hier Ilo sein. Iloafen. Ja, da steht ein Schild. Uns Kar gelogen. Also unsere Kirche ist offen. Ich gehe da auch gleich rein. Und da da noch andere Menschen sind, werde ich da nichts erzählen. Und an euch nur die Kirche von innen zeigen. Die Kirche ist ein Schild. Die Kirche ist ein Schild. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Jetzt fahre ich mal wieder den Ostfriesischen Wanderweg und schaue mal, ob der hier ein bisschen besser ist, wie bei Leer. Bisher kann ich nicht klagen, aber bisher kann ich mich nicht beklagen. Mal gucken. Scheint auch relativ neu gelassert zu sein. Nettes Brückengelände. Geländer. Ausfliegische Landschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So ein bisschen aurig in den Stand. So ein bisschen mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Amen. Ja, da ist sie wieder. Ich bin wieder in Aurich, im Hafen. Ah, du bist auch zu schwach, du bist auch zu schwach. Dann machen wir das nur mit dem. Ja, das war meine Tour. Das waren irgendwie so 37 oder 38 Kilometer. Rund um Aurich, um Zoo. Zur riesigen Freiheit, nach Ilo, nach Klein-Venedig, zum Kloster Ilo. Es war eine superschöne Tour, auch wenn da zwischendurch dann mal kleine Passagen waren, die nicht so super toll zu fahren waren. Aber an sich hat das der Freude keinen Abbruch gemacht. Und ich habe eine schöne Tour gefahren. Ja, dann hoffe ich mal, dass das Wetter jetzt ein bisschen wärmer wird und auch beständiger ohne Regen, dass ich wieder ein bisschen mehr los kann. Bis dann, eure Iweikele. Tschüß! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020